Man weiss, dass ältere Leute eher dazu neigen, einsam zu sein, weil sie eher vereinsamen, weil das soziale Netz vielleicht schon teils gestorben ist und vielleicht nachkommen ihren eigenen Alltag haben, zum Beispiel in der Familie. Und weil sie durch die eingeschränkte Mobilität auch noch so viel unternehmen kann und darum eher Gefahr laufen zum Vereinsamen. Aber es kann auch junge Leute einsam sein, weil sie vielleicht eher introvertiert sind und vielleicht durch eine Scheidung oder durch eine Krankheit mehr in Rückzug gehen und nicht so viel sozialen Kontakt haben.